Nach 4 Monaten im Coaching hat Roca schon 12,5 kg abgenommen. Bei einer Körpergröße von 1,65 übrigens. Ihr Bauchumfang ist schon um 17 cm geschrumpft. Auf den Vorher-Nachher-Bildern wird es deutlich. Also da ist schon viel im Bauchbereich und vor allem an den Beinen verloren gegangen. Sogar im Gesichtssehen war das sehr schön. Bis zu Rocas Ziel von 65-70 kg ist noch ein Stück zu gehen. Aber wir haben ja auch erst vier Monate hinter uns im Coaching. Für jetzt schon mal ein ganz tolles Zwischenergebnis. Aber warum hat Roca das früher nicht schon alleine geschafft eigentlich? Als ITlerin ist Roca beruflich schon ziemlich stark eingespannt. Außerdem ist sie Mama und Ehefrau und hat daher einen vollgepackten Alltag. Da war dann einfach nicht mehr der Fokus für das Thema Abnehmen da. Und deshalb hat sie mir auch gesagt, Christian, ich brauche eine Art von Kontrolle, damit ich in der Umsetzung bleibe. Sie hat in der Vergangenheit schon viele verschiedene Diäten hinter sich. Auch Intervallfasten schon probiert. Da hat sie aber immer wieder gespürt, dann an einem bestimmten Punkt, dass es einfach zu aufwendig war für sie. Dass es auch nicht in ihren Alltag reingepasst hat. Irgendwann war für Roca dann wirklich so ein Schmerzpunkt erreicht. Sie hatte ein Gewicht von 96,7 Kilogramm. Also sie war schon bedenklich nah an der 100 Kilogramm Marke. Ja und über die wollte sie auf gar keinen Fall drüber springen. Und deshalb hat sie sich dann auch fürs Strategiegespräch angemeldet. Wir haben uns ihre Situation angeschaut, haben dann gesehen, was was strategisch einfach möglich ist für die Roca. Ja und dann hat sie auch gesagt, wir müssen jetzt was tun und das ziehen wir jetzt durch. Rocas großer Wunsch war es eben auch, dass sie endlich wieder in die Kleidung passt, die ihr auch wirklich gefällt und sich eben nicht immer irgendwelche Oversized Pullis anziehen muss, in denen sie sich eigentlich nur versteckt. Sie wollte einfach wieder auch mit Spaß shoppen gehen können und das tragen können, was ihr auch einfach gefällt und nicht nur nach Größe kaufen müssen. Außerdem war für sie extrem wichtig, dass sie mit unserer Ernährungsweise auch wirklich schön alles unter einen Hut bringen kann. Also bedeutet, sie möchte natürlich beruflich ihre Karriere voranbringen, aber sie möchte auch gerne familienmäßig die Planung voranbringen. Da ist nämlich noch so ein Geschwisterchen für den Sohn geplant. Ja und für mich und mein Team, da geht es einfach nur darum, dass Roca genau wie die anderen Teilnehmer, dass Roca sich wieder wohlfühlt, ja auch wieder ihre figurbetonte Kleidung tragen kann und und die Ernährung einfach auch leicht im Alltag umsetzbar ist. Ja und wenn auch du gerne dein Wohlfühlgewicht erreichen möchtest und wieder in deine Lieblingskleidung passen möchtest, dann geh jetzt mal auf www.christianlenay.de und trag dich da gerne ein für ein kostenloses Strategiegespräch. Ja und dann können wir dir nämlich auch mal diesen Weg ganz konkret zeigen, der bei Roca aber auch bei den anderen Teilnehmern so gut funktioniert.